Warum sollte ich mit die Quint spielen? Sie sieht nicht wirklich stark aus. Na und? Selbst wenn ich sie angreife und alle vernichte, kommen bald andere. Die Schwarzen werden das Land überfluten und bald das Sagen haben. Das ist so sicher wie unser eigenes Arschloch. Also ein Triss-Outfit gibt's. Hat sehr schlechte Bewertungen, also eine Bewertung. Und sehr schlecht, kostet übrigens 160 Euro. Aber ein Serie-Outfit gibt's leider nicht. Ich hab zumindest jetzt mal bei Amazon... Hat mich jetzt mal gerade interessiert, ob es das bei Amazon gibt. Wie hattest du dich hierher verschlagen? Bin nur neugierig. Ja, Alex, dir steht nicht so gut. Auf jeden Fall. Ich war ein timirischer Soldat. Meine Einheit wurde gleich zu Anfang aufgerieben. Hoffnungslos, uns zu sammeln und den Feind zurückzuschlagen. Die Überlebenden sind nach Norden gewandert. Andere, Deserteure oder gebrochene Männer schlossen sich uns an. Wir waren ein Schneeball auf einem Abhang. Als wir nach Krähenfels kamen, führte ich eine große Truppe an. Ihr seid einfach in die Burg marschiert und habt's euch gemütlich gemacht? Durch den Vormarsch von Nilfgaard war der lokale Herr geflohen und hatte die Burg verlassen. Ist der Krieg vorbei und Nilfgaard siegreich, erhalte ich von den Schwarzen den Titel. Dann hört das Gerede vom selbsternannten Baron auf. Ist dir was über Hexen in Wehlen zu Ohren gekommen? Auf die Gerüchte der Bauern geb ich nichts. Die einfachen Leute sehen Hexen, Zauberei, Teufel und was weiß ich alles überall auf ihren Wegen. Bis dann. Bis dann. So, jetzt gehen wir mal erstmal hier raus. Du hast die Kretze? Ja, dann Prost Mahlzeit. Du hast die Kretze? Du hast die Kretze? Du hast die Kretze? Warte, Hexen! wenn du meine Tochter findest. Gibst du ihr bitte das hier? Eine Stoffpuppe? Mhm. Alles gut, Julia. Alles gut. So. Ähm... Gut, wir könnten jetzt das mit der Tochter machen. Das wäre aber halt hier voll weit oben, ne? Ich habe keinen Bock drauf. Was haben wir denn noch an Quests? Das, was vielleicht in der Nähe ist. Wo ist das? Ja. Ja, ja. Können wir noch irgendwer nicht nehmen? Das? da war ich auch noch nicht hast da unten willi ja gut kommen ich habe diese mode ist so süß aber sie sagen gutes lied habe ich eigentlich eine andere waffe die ich vielleicht benutzen kann so wie waren das noch mal Ach, das andere Schwert ist fast kaputt, das hier. Uh. Ja, Leute, ich brauche mal was zum Reparieren. Wie kriege ich das denn Reparieren? Ach, das wollte ich nicht. Ich brauche was zum Reparieren. Schon mal von vorbeugenden Arschtritten gehört? Alter. Will ich von... Ich will keine Vor... Ich will keine Arschtritte. Punkt. Einfach Punkt. Watt, hast du? Ach, nee, mit dir habe ich ja schon geredet. Ja, ja, bla, bla. Ach, das war der hier. Ich muss dich einfach ein bisschen looten. Mal hier. Äh. Haben die gerade alle auf dem Boden geschlafen? Wenn ich je einen Sohn kriege, nenne ich ihn Geralt. Okay. Ich finde das schön, dass die Sprüche immer gleich sind. So, wenn ich da runter reiten würde... Warte mal. Haben wir irgendwas auf dem Weg, was wir noch nicht uns angeguckt haben? Ja, das hier. Weißt du, wir könnten da hin reiten. Ähm. Da. Heya! Aber wo gibt es das zu kaufen? Es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, dieses Waffenreparaturzeugs zu kaufen. Oder die Waffe irgendwo zu reparieren. Ach stimmt, hier war ja ein Friseur. Warte mal. Ich würde mal interessieren, was ich dann hier machen kann. Hi. Äh? Moment. Warte. Ist irgendwas zum Looten? Nein. Oh, gar nicht. Mein Retter! Sei gegrüßt! Darf es ein neuer Haarschnitt sein? Ich hätte gerne ein Bild dazu. Lang und offen. Hoffentlich zu lang. Seiten rasiert, oben kurz, hinten Pferdeschwanz. Mhm. Ach, den elfischen Rebellenschnitt. Was ist denn ein elfischer Rebellenschnitt, bitte? Bei den anderen kann man sich das ja wenigstens vorstellen, aber was soll das denn sein? Was ist denn los? Twitter, äh, Witcher, mein Gott. Was ist denn los? Witcher, da kommt nur zwei oder drei Stunden geschaut, okay. Alle, alle. Wir machen, glaube ich, mal den elfischen Rebellenschnitt. Mal gucken, was das ist. Höh. Du wieder zurück, bitte. Ist das das, was wir vorher hatten? Ja, das passt. Ich, äh, probiere lieber nichts mehr aus. Bis dann. Das ist nicht das, was wir vorher hatten. Äh. Bitte. Ach so, das ist das Fleisch. Das gefällt mir nicht. Was hatten wir vorher? Was willst du? Kannst du mir die Haare schneiden? Ja, aber was hatten wir denn vorher? Passt irgendwie gar nichts zu dem, was wir vorher hatten. Nehmen wir das da. Weil das gefällt mir auch nicht. Das ist besser. Bis dann. Frauen beim Friseur. Die sind wie die von meiner Katze. Oh mein Gott. Ja, gern. Wenn das so gehen würde, es wäre voll geil. Dann hätte ich jetzt schon lange Haare. Oh, boah. Hey. Kann ich drüber springen? Nein, der Klammk. Ähm. Herd, wo bist du hier eigentlich rein? Komm mal. Da, Herr Lang. Da habe ich voll viel Geld ausgegeben, ey. Nichts. Obwohl, bei Frauen geht es ja wenigstens. Da kannst du ja schön mit Extensions arbeiten, was aber einen Haufen Kohle kostet. Ja gut, ich habe ja immer, ich verändere meine Haare ja eigentlich, ähm. Ich habe ja ständig andere Frisuren, von daher. Mal kurz, mal lang, mal blond, mal schwarz, mal braun. Da ich jetzt wieder eine Veränderung nötig habe, lass es jetzt wieder lang wachsen. Das hier. Achso, ist das nicht so ein Ort, wo, ähm, der befreit wird? Aber dafür muss ich bestimmt das Ding da kaputt machen, gell? Und ich glaube nicht, dass ich jetzt so eine Bombe habe. Habe ich vielleicht irgendwas eingesammelt, weswegen ich jetzt so eine Bombe machen kann? Nein. Weiß, wir müssen hier definitiv nochmal hin. Ähm, so. Jetzt haben wir hier noch was. Hier auf der einsamen Insel hätten wir noch was. Dann gehen wir mal da hin. Und dann gehen wir von da hier hin und porten uns da runter. Würde ich sagen. Dann muss ich langführe auf die einsame Insel. Ja, aber ich brauche wieder was Neues. Deswegen lasse ich es jetzt wieder lang wachsen. Und dann mal gucken, wie ich die Färben lasse, wenn sie lang sind. Oder wenn sie was länger werden. Hey, du da! Sieh an! Wir haben einen Kunden. Ich wollte euch nichts abkaufen. Ich fürchte, da bist du schief gewickelt. Du musst zahlen, wenn du durch willst. Und wenn ich's nicht tue? Dann bist du tot. Siehst du dieses Medaillon? Äh, Boss! Boss! Klappe zu, Sobek! Ja, ich sehe es. Wir wollten keinen... Erkennst du die Gilde? Ja, Meister. Vergib uns, dass wir's nicht früher bemerkt haben. Bitte. Boss! Boss! Und jetzt zuhören. Ich komme vielleicht wieder. Eines Tages. Keine Ahnung wann. Aber ich will euch dann hier nicht vorfinden. Ist das klar? Wie Klosbrühe, Herr. Mögen die Götter dir eine geschwindere Reise schenken. Null. Boss! Boss! Was ist nun wieder, Sobek? Boss! Er ist ein Hexer! Sobek! Was? Halt den Schnabel! Oh mein Gott! Er ist ein Hexer. Julia, falls du noch da bist, Dankeschön für dein... Äh, für dein... Für die... Du weißt, was ich mein Instagram genützt. Story. Mein Gott. Dankeschön, Quinn. Ja, ich bin auch mal gespannt. Mal sehen, was diesmal wird. Hallo, meine Schnuckelchen. Oh, kann ich hier nicht? Äh, okay, kann ich nicht. Hey, meine Schnuckelchen, was seid ihr überhaupt von Level? Okay. Läuft. Läuft. Ja, komm, Schau. Boah. Durch den einen durch? Geil. Au. Au. Äh? Ich wollte nicht... Ach so, lol. Ja, warte. Stirb, wunderschöcker! Oh! Ich bin erledigt? Echt? Ach so, wartet mal. Ich wollte ja nicht wieder immer alles einsammeln. Ähm, ähm... Ja gut, das kann ich natürlich... Weil... Sonst sind meine Taschen schon wieder so voll. War ja was. Liedenschlüssel? Komm ich hier rein? Kannst du uns was vor? Hallo! Seid es zu verhält? Ja. Der Kopf war ab. So, ähm... Ach so, hier sitzt jemand. Warte, warte, warte. Tja, ich... Tja, ich... Ich hab kein Gold. Ich... Ich hab nichts. Aber wenn du nach Sandort kommst, warte dort eine große Belohnung auf. Halt! Du wirst schon sehen. Danke. Da ist ein Säckchen, warte. Da ist auch noch was. Rot. Oh Gott, hier gibt's ja voll viel. Naja, viele leere Flaschen und so'n Krams. Oh Gott. Aber, weißt du, in einem Sack ist eine Sache drin. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. BTF? Hät man das nicht besser verpacken können? Da ist ein Busch. Hier ist noch was. Den Mann hab ich befreit, ne? Ja. Halt! Da im Zelt war auch noch was. Brauch ich da dran? Halt! Da, da, da. Hm. Ich glaub, das war's. Ähm... Ach so, vom Banditenlager kann ich mich porten. Ja, das ist natürlich geil. So, fertig brauch ich nicht. Worte mich mal. Hier unten hin. Ow! Ow! Komm schon, komm näher. Mach! 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 Alex, ich meinte ja nicht den Sack. Ich meinte, das ist... Ach, egal. Ich kipp's auf. Komm, hierher. Welche hier für ne Party? Ach so, nachts, gell? Ähm, warte mal, wie ging das nochmal mit dem Meditieren? Was dann? Warte. Ist das jetzt zwölf Uhr mittags? 18 bis 0. Ich mein, nachts, ne? Ihr wisst es wohl. Eine Flüchtige Quare. Sei gegrüßt. Gerade rechtzeitig. Gute Leute. Seht, wer uns beschützen wird. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Bald rufen wir die wandernden Seelen. Einigen von ihnen kann nicht geholfen werden. Vor ihnen musst du uns beschützen. Halte böse Kreaturen fern. So lange, bis das Ritual beendet ist. Fang an. Beschütze uns vor allem Bösen und verhindere, dass der Kreis gestört wird. Was bedeutet dies Leben? Ihr wisst es wohl. Eine Flüchtige Quare, ihr Tod. Warte mal. Habe ich jetzt zufällig? Nein, habe ich nicht. Stahlschwerter habe ich tausende, gell? Aber nicht das, was ich brauche. Komisch. Rüstungswerk... Also Rüstungsreparatur-Sets habe ich voll viele, aber das andere halt nicht. Warum habe ich da eigentlich nicht... Achso. So. Was kommt dann, wenn das Leben entgleitet? Der Mensch über sein eigenes Schicksal entscheidet. Bald schon kommen sie, die wir begraben. Sie werden erzählen von all ihren Plagen. Sprech hier diese Seelen frei. Ihr Leid, hiermit beendet sei. Lass das Ahnenfest beginnen. Ihr wandert in dunklen Aft. Gefangen in der Welt seid ihr. Seht dieses Zeug. Sanft und schwach. Euch rufen wir. Euch rufen wir. Und rufen wir. Und rufen wir. Hör. Ein Geräusch. Geräusch. Wer hätt's gedacht? Ein Geist durchbricht die Stille der Nacht. Ich kann schon wieder nicht... Ich kann schon wieder nicht die linke Maustasse trinken. Euch rufen wir. Euch rufen wir. Kommt Seelen. Euch richten wir. Alles ist still. Wirkens herfunkeln. Welche Gestalten lauern sie im Dunkeln. Ein Wissball. Ein Raunen im Sinn. Jemand schleicht zum Feuer hin. Alles ist still. Wirkens herfunkeln. Welche Gestalten lauern im Dunkeln. Ey, du blödes Wasserweib. Schau mal, du gehst doch auf den Kegs. Ich kann schon wieder den Bug. Er ist ein Leiche irgendwo. Ich in der Sekte... Nein. Hört ein Geräusch. Wird's gedacht. Ein Geist durchbricht die Stille der Nacht. Verbrennt den Wein auch lieb und teuer. Geist, komm heran zu uns ans Feuer. Geist, sprich! Es ist Zeit zu entscheiden. Erzähl uns nun von all deinen Leiden. Hallo. Wer bist du? Wer weiß es? Wer seid ihr jetzt? Ich bin hier, um gegen Monster zu kämpfen, nicht gegen Menschen. Mit dir haben wir keinen Streit. Verschwinde! Vertreib dieses Gesindel und vergesst dabei die Peitsche nicht! Sollte doch keiner wissen. Genau, ihr seid meine Sekte. Hm. Der Waldelar hat dir vertraut. Du hast Hilfe versprochen. Menschen zu töten, das war nicht Teil der Abmachung. Los, verschwinde! Der Waldelar ist fertig mit dir! Wir beten dich an! Nö, ich wollte die Menschen nicht. Nö, wollte ich nicht. Habe ich nicht eingesehen. Und das ist der eigenen. Ich habe meinen eigenen Kopf. Was mache ich jetzt? Ich habe meinen eigenen Kopf. Was tun wir jetzt? Keine Ahnung. Erstmal gehen wir an das Ding. Oh. Ähm. Ein Spielzeug gestürzt. Ein Spielzeug gestürzt. Untertitelung des ZDF, 2020